so ja und damit noch mal offiziell willkommen zurück zu let's play zu einem neuen stream let's play der witcher teil 1 der anheuerst edition militärischen fürst wir sind im letzten stream hier im letzten in der letzten aufnahme im letzten part hier angekommen haben an einer feierstelle übernachtet und sind jetzt hier sind jetzt hier in diesem dorf angekommen haben uns noch gegen paar hunde verteidigt geisterhunde gegen die rest von uns verteidigt jetzt müssen wir mit dem dorfpriester reden wenn ich mich da nicht im dorfmager oder dorfpriester wenn ich damit mich nicht falsch erinnahme kreuter kunden aus wie sie mal vielleicht kann der mit uns riemann gegrüßt seid gegrüßt welch ein verabscheuungswürdiger ort ich sitze hier mit meinen waren fest und in der stadt harren frauen kinder meiner warum kommt ihr nicht hinein die siemals tore sind zu wegen der pest bei den göttern nichts ist schlechter fürs geschäft als solchen ich denke wir können nur warten die meisten kranken sind tot doch nun verbreiten die bestie und banditen angst und schrecken jetzt fehlen nur noch steuereintreiber kann ich euch etwas fragen was ja zum beispiel die peste das ist was interessantes hat es mit dieser pest auf sich mit der pest ist eine art beulenpest ich meine jeden der auch nur kränklich aussieht hat ihr keine angst ich bin immun gegen ansteckende krankheiten groß war so sieht das aus er beharrte darauf dass seine pestbeulen nur pusteln wären möge er in frieden ruhen was die pest ja das war noch andere zeiten damals erzählt mir von der bestie sie soll eine art phantom sein dass aus dem nichts auftaucht und jene ermordet die das gewissen plagt interessant königliche beamte wären ein fest schmaß für sie und andere gespenster dienen ihr in der gestalt von bluthunden ich muss wohl die einheimischen fragen was ja aber noch was wichtiges gibt es man lieben im umland wahrhaftig ja die nennen sich bürgerwehren verlangen schmiergeld auch soll eine sekte aus wie sie mal hier eingetroffen sein tragen diese männer das salamander symbol bin ihnen nie begegnet aber wenn es sich um eine sekte handelt weiß der geistliche sicher mehr ich frage ihn was ja das wurde uns was irgendwie das geht sich die an nichts an was war den geistlichen fragen lebt wohl ja es wurden müssen brauche und gesagt und ist das team so mit dem geistlichen reden sollen mit dem erfinden mit dem reden aber den zölnern mit den zölnern sollten wir vielleicht noch ein wort weg sind ewige feuer beschützt keine sünder tut buße ok sie mastore sind geschlossen wir warten auf hilfe vom orden der flammen rose dann wartet mal schön ich wird währenddessen selben aktion treten eine anschlagtafel vielleicht kann ich hexa arbeit finden hinweise links kriegt auf anschlag auf die anschlagstafel und zieht verfügbare anzeigen in euer inventar rechts klickt auf das anzeigen symbol und schaltet neue quests frei tipp sucht nach weiteren anschlagtafel um zusätzliche quests zu bestreiten alles klar anzeigen dafür der bagel gest vertrag der ertrunkenen vertrag der cool vertrag haftbefehl und questgegenstand also was erstmal alles transferieren oder sind dann neuerseite zeitgriffs die wir machen können ich transferiere erstmal alles schauen wir aber dann später mal welche wir davon annehmen zeitgriffs naja ich weiß nicht ob ich so begeistert davon bin von zeitgriffs da war es was zu trinken drin was zu trinken und vertrag ist darum beginnt den vertrag eines hexers durch der muskel gedrückt und kaste drücken um zu lesen aber nachher noch ein buch wir wollen die bücher auch noch mal durchlesen die wir gefunden haben falls wir das noch nicht haben haben wir das noch nicht ich glaube nein diese aber mal nebeneinander legen jetzt vertrage verträge und aufgaben ich soll mal das inventar ein bisschen auf vordermann bringen ich habe tränke vorne hin die tränke mal sortieren das kann ja auch stapeln hier warum nicht radianische krieg wenig alkohol auch schade So, hier, da oben mal, und die Bücher mal hier unten lassen, der zweiten Slot, okay, hier ist Brot drin, das Brot kann dann da noch rein, ja, schön, haben wir mal das Inventar ein bisschen aufgeräumt, Ziegenmilch haben wir mit dabei, ach, Schwalbentrank ist das Tafelwasser, mal ein bisschen Wasser denken, Hydration ist wichtig, Gasthauseingang, aber wir müssen zum Dorfpriester, egal, erstmal zum Gasthaus rein, Dorfgasthaus, das klingt auch interessant, Gasthäuser und Travernen, meditiert in Gasthäusern, sprecht mit dem Gastwirt, links klickt auf Meditieren, Tipp, in der Traverne könnt ihr auch Gegenstände einlagern, sprecht mit dem Gastwirt und klickt lagern, ihr könnt eure eingelagerten Gegenstände jederzeit wieder aus jedem Gasthaus und jeder Traverne abholen, verstehe, Kisten für mich, ist ja eine Schlägerei oder was, nichts gegen eine muntere Schlägerei, wer kloppt sich hier, es hört sich doch so an, jetzt wird sich hier jemand kloppen, ich will mitmachen, wo, egal, Antiquar, aha, guten Tag, Aha, interessant, das klingt ja sehr spannend, Natürlich Gute Frage Gute Frage Ähm, na dann, ähm, stell ich mal die wichtigsten Erfahrungen hier, Lebt ihr denn gut vom Würfelspiel? Das kommt ganz auf den Gegner an, in Visima sind die Einsätze sicherlich höher, Wo in Visima finde ich einen, der mitspielen würde? Falls ihr reich seid, dann im Neuner Raccord Ihr könnt es auch im haarigen Bären versuchen, wenn ihr euch traut Aha, das sind wohl die verschiedenen Pubs, die verschiedenen Kneipen in Visima Wer ist dieser Jägersmann, gegen den ihr gespielt habt? Das muss ein großer Liebhaber gewesen sein, denn ich bin nie einem Mann begegnet, der solches Pech hatte Er verlor viele Ohrens Hütet euch! Er kommt gewiss sein Gold holen, wenn er mit Lieben fertig ist Ich denke nicht, Herr, man hat ihm das Verlieren von Weitem angesehen Gewiss wagt er sich seiner Schulden wegen nicht mehr her Aha, okay Lebt wohl Ich muss gehen Ich verstehe, was bei dem los ist Sicher, dass der nicht betrügt Naja, da wäre ich mir nicht so sicher Schank wird Olaf Naja, da rennt er natürlich Okay, ja Erstmal rumrennen Können wir einen Thesen nicht machen Euresgleichen ist hier nicht willkommen Ich sagte, gebt mir ein Bier Wir haben keins mehr Na gut, mal sehen, was ich habe So kann man doch mit deinem reden Mach das nochmal, Schankwirt, dann werde ich wütend Und das wollt ihr doch nicht, oder? Nein Na gut Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten Und mache mich auf den Weg Was kann ich für euch tun? Aha Ich glaube, der hat so ein bisschen was gegen Hexer Möchte was aufbewahren lassen Ja, können wir gleich nochmal gucken Ich bin ein Hexer Erstmal reden wir mit ihm Beim ewigen Feuer Habt ihr Arbeit für mich? Nein, aber frag den Geistlichen Gut Der Geistliche, der Geistliche, der Geistliche Was kann ich für euch tun? Es ist immer der Geistliche Wir müssen immer mit dem Geistlichen reden Es scheint irgendwie Der Geistliche ist hier im Ort Irgendwie der Der alles weiß Scheinbar irgendwie Jeder sagt uns irgendwie Wenn wir Fragen haben Jeder, keiner weiß Bescheid Und Ja Kein Gwent Enttäuschend Schreibt Mordi Ja, was ist denn ein Gwent? Mordi Fräzt es mir Warum so düstere Stimmung? Ich rede nicht mit Fremden Tut ihr es für 5 Ohrens? Dafür würde ich den ganzen Tag mit einem Bargäst plaudern Äh Geld bezahlen Ja, ich bin mir noch nicht so sicher Es wird Zeit, dass ich mich auf den Weg mache Sollen wir ihn bezahlen? Soll ich ihn bezahlen dafür, dass er mit uns plaudert? Ist das Was kann ich für euch tun? Ist das sinnvoll? Ich suche jemanden, der in diesem Gasthaus weilte Seht euch an den Tischen um Aber nachts ziehen sich die Gäste in ihre Zimmer zurück Kommt morgen wieder, wenn ihr mit ihnen reden müsst In Ordnung Ne, noch ist der Tag Was kann ich für euch tun? Noch ist der Tag Die sind gerne noch an ihren Tischen Habt ihr ein Zimmer? Ja, für euch 5 Ohrens Na, na, ich weiß nicht Sollen wir uns ein Zimmer holen? Ich bin mir auch noch nicht so sicher 5 Ohrens damit da redest Und 5 Ohrens, dass wir ein Zimmer kriegen Was kann ich für euch tun? Ich weiß nicht Wie viel sind 5 Ohrens? Das scheint hier ja die Währung zu sein Ähm Erstmal hier Ich möchte was hier lassen Ja, was können wir denn hier Das sind die Bücher, nachdem wir sie gelesen haben Den Schädel können wir bestimmt noch je gebrauchen Das ist eine wichtige Zutat Feuerstein Ja, ich glaube ich So viel ist unser Inventar noch nicht Ich glaube das brauchen wir Und das können wir alles noch gebrauchen Können wir alles noch verpilbern Was kann ich für euch tun? Ich glaube einfach mal zum Test Habt ihr ein Zimmer? Ja, für euch Also das plaudert Das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt Dafür würde ich jetzt vielleicht nicht ausgeben Aber ein Zimmer Ich denke Warum nicht? Aha, okay Jetzt können wir hier meditieren vom Feuer Aber das ist doch kein Zimmer hier Das ist nur ein Fell vom Lagerfeuer Okay, es ist jetzt Bis zum Morgengrauen meditieren Nö, Stunden nach Wir sind gerade im Morgengrauen Ja gut Das ist jetzt Dafür haben wir jetzt 5 5 Geldeinheiten Bezahlt Ähm Dann meditieren wir mal bis zum Mittag Warum nicht? Let's go Oh Okay Ah, da wird sich geprügelt Darf ich mitmachen Darf ich mitmachen Mich juckt es jemanden zu schlagen Keine Herausforderer Mich juckt es jemanden zu schlagen Keine Herausforderer Da kann ich mein Schwert ziehen Für mitkämpfen Wollt ihr verlieren Fremder? Wir kämpfen um Geld Ähm Let's go Let's go Ohrens 10,25 Ich will auch 5 Ohrens investieren Ja Zwei Ohrens Auf keinen Fall Nicht mit mir Fast zum Henker Wollt ihr verlieren? Ach der will 25 Ohrens haben Damit er kämpft Wird die Geldsumme die ihr ersetzen wollt 10 Ohrens? Nee der will unbedingt 25 Ohrens haben oder? Auf keinen Fall Nicht mit mir Fast zum Henker Mich juckt es jemanden zu schlagen Haben wir dem jetzt Geld in den Rachen gestopft? Ist hier eine Art Turnier im Gange? Wir verprügeln einander für Geld Interessant Wenn ihr wollt Das Fettfret euer Gesicht umgestaltet Zeigt mir euer Gold Da habe ich alles schon für ihn ausgegeben Und er hat nicht mit mir gekämpft Ich habe keine 25 Ohrens Da habe ich gerade alles schon für ihn ausgegeben Und er sagt wir nicht mit mir kämpfen Keine Herausforderer Ich habe keine Es ist doch Ich hatte 25 Und der Sack hat mich abgezogen Erzählt mir von diesem Turnier Die Regeln sind ganz einfach Ihr schlagt euch gegenseitig ins Gesicht Wer am Ende noch steht Hat gewonnen Klar Und deutlich Und einfach 25 Ohrens Ich brauche ein bisschen Geld Oh Jetzt geht es doch Ein gelber Sockel Zeigt Charaktere an Gegen die ihr im Faustkampf antreten könnt Links klickt zum Angriff Lockiert Angriffe durch Klicken und Halten In der richtigen Muster Okay Forstkampf Let's go Aha Okay Aber wei Spiel unterbrochen Achso Jetzt sollte ich mich mal decken Und so kann ich hauen Verdammt Verdammt Ich kassiere ziemlich Na komm Verdammt Momentan kassiere nur ich Er weicht ziemlich gut aus Was machen wir hier Achso Der gelbe Kreis unter ihm Wie bei gewöhnlichen Kämpfen Aha Ich versteh nicht ganz Irgendwie gibt es auch keine Schlagsounds Irgendwie gibt es auch keine Schlagsounds Und der war da Ausweicht oder Na komm Ich hab nicht vor zu sterben Ein halber Kreis ist schon leer Gut geduckt Fettfried Nein Fettfried ging doch wohl noch besiegt Na komm Lässt die Störung wieder frankwürdig Na komm Hau rein Mir fehlt auch schon die Hälfte Ah ja Das könnte vielleicht Vielleicht wird das was Könnte knapp werden Aber Hey Keine Zwerge beleidigen hier Nicht Zwerge im negativen Kontext benutzen Nichts gegen Zwergenschwänze Oha Ja mir geht es schon über hier Ich muss mal langsam zuschlagen lernen Ihr Dreckst Ihr Dreckst Kerl Aha Vitalität Vitalität wird durch zukünftige Schaden Zugefügte Schaden Geschwächt Wenn der rote Balken Null anzeigt Stürmt Geralt Das wäre schlecht Das wäre schlecht Tippt ein grau gefärmter Bildschirm Und ein lauter Herzschlag Warnen vor einer gefährlichen Gefährlich niedrigen Vitalität Verwende Tränke wie Schwalbe Oder Meditation um euch zu erholen Äh ja Tränke trinken ist jetzt gerade irgendwie nicht Wie kann ich denn jetzt hier Spiel pausieren Und Tränke benutzen Wenn es das hier geht In Winter Ja das ist jetzt gerade glaube ich nicht so viel drin Kann es gerade nicht öffnen Der Forstkampf müssen wir wohl Verlieren Wir werden hier wohl jetzt sterben Verdammt Da wurde Geralt in der Kneipe zusammengeschlagen Interessant Spiel vorbei Held Der Amt ist tot Die End Sieht ganz so aus Sieht wohl so aus Aber er ist schon geschwächt Ihr könnt vielleicht gut mit dem Schwert Seid still Kommt morgen Er hat Ihr seht hier den Den Kraftbalken Der wird morgen wieder aufgeladen sein Aber Ja Immer ein bisschen was mitnehmen Das war der erste Hauskampf hier Wollt ihr kämpfen? Habt ihr Geld? Gegen einen alten Sack? Ich weiß ja nicht Ich habe nicht genug Geld Ich bin nicht interessiert Ich bin nicht interessiert Gegen so einen alten Sack wie ihn Kämpfen Ich weiß ja nicht Gegen ihn schon viel eher Fettfried Fettfried müssen wir noch irgendwann Wir werden uns irgendwann noch rächen Zurückkommen Und ihn besiegen Hallöchen Ein Barde Seid gegrüßt Fremder Merkwürdig Ihr erinnert mich an jemanden Wer sollte das sein? Der berühmte Hexer Gerald Der weiße Wolf Wirklich? Das ist echt unheimlich Weißes Haar Schwert auf dem Rücken Wie aus den Balladen Was für ein Zufall Was für ein Zufall Viele müssen euch für Gerald halten Ja so manch einer Diese Lieder müssen populär sein Was für eine sehr zahme Unterhaltung Der größte aller Barden Singt diese Balladen seit Jahren Was habt ihr im Repertoire? Soll ich für euch singen Herr? Äh ich bin mir nicht sicher aber Let's go Nehmt euch zurück Aber ich muss auch essen Wie wäre es mit einem kleinen Beitrag Ich hab kein Geld mehr Hab ich alles ausgegeben Nicht genug Geld Ach verdammt Wir brauchen mehr Geld Wir müssen niemanden ausrauben Was sind die nette Dinge? Abigail verkauft eine Salbe für Pustel Sehr interessant Hexenhofer hat ein Auge auf mich gekauft Was wollt ihr? Heißt ihr Fremde stets so herzlich willkommen? Ist alles eins Wir besten uns alle Danke für das Gespräch Feiern wir? Trinken wir etwas? Ja genau Lass uns trinken Nehmt am Wetttrinken teil Um Informationen und Belohnungen zu gewinnen Links liegt während eines Gesprächs auf Trinken Meinen Getränk auszuwählen Die allerdings haben Charaktere oft stark vorliegen Und verweigern möglicherweise alles außer ihrem Lieblingsgetränk Trinkt ihren Gegner unter den Tisch Doch achtet darauf nicht die Bestimmungen zu verlieren Äh ja was hätten wir denn hier am Angebot? Revianischen Krieg oder mit wenig Alkohol Ja sehr gut Das hat nicht viel gebracht Hätten noch ein Tafel Wasser dabei Ja gut ähm Mit Trinken ist da noch nicht so viel Ein bisschen Kuhmilch könnte ich noch trinken Ja ich glaube das ist der falsche Zeitpunkt zum Trinken Wir haben noch nicht genug Getränkmitz dabei Abigail verkauft eine Schalbe für Ja ja sagtest du Die verdammten Eichwornchen greifen Konvois an genau wie im Krieg Kommt mir auch bekannt vor Ach das ist der Spieler Da bist du da allein in der Ecke Wie viel verlangt ihr für eine Gelegenheit euren Körper zu untersuchen? Ich glaube nicht dass ihr euch das leisten könnt Ihr würdet der Wissenschaft einen großen Dienst erweisen Na gut na gut Allerdings hätte ich gedacht dass ihr zuverlässiges Wissen schätzen würdet Also ich bräuchte ein bisschen Geld hier Auch Alchemisten Und dasselbe erwarte ich wiederum von ihnen Verstehe Ja Vielleicht könnt ihr ja einer Untersuchung post mortem zustimmen Äh ja Und ich werde meine Meinung was Alchemisten angeht noch ändern Schon gut schon gut Tut mir leid Aber ich brauche ein bisschen Geld also Können auch vielleicht den Körper irgendwie schon anbieten Und so können wir verkaufen Ihr seht nicht wie ein Einheimischer aus Ich lebe in Visima Aber ich komme gerade von einer großen Versammlung von Alchemisten, Pyromanten und Geomanten in Ochsenfurt Eine wunderbare Stadt Eine Hort der Wissenschaft Zweifellos Kam die Versammlung zu spezifischen Schlussfolgerungen Es war eine unglaubliche Erfahrung Ich präsentierte meine Dissertation Spezifisch Solche Versammlungen werden nicht veranstaltet Damit sie spezifisch sind Ich bin nicht sicher ob ich den Sinn begreife Die Wissenschaft ist ein großer Fluss Voll von Strömungen, Strudeln und gefährlichen Untiefen Ein einziger Flößer kann niemals alle Geheimnisse des Flusses kennen Er muss den Hafen ansteuern und sein Wissen mit anderen Flößern teilen Und sich betrinken und sein letztes Geld für Huren ausgeben Ich glaube ich verstehe Die Wissenschaft ist wie ein Fluss Pardon ich schweife ab Ihr habt von einer Rückkehr nach Visima gesprochen Ja, wegen der Quarantäne verplemper ich Zeit in diesem Gasthaus Dabei warten extrem wichtige Forschungen auf mich Quarantäne im Gasthaus? Das finde ich spannend Ich sitze in dieser Klitsche und trinke Alkohol Mies destillierten Alkohol Ich habe meinem Freund eine Nachricht geschickt Auch ein Alchemist Er ist meine einzige Hoffnung Er wird mir einen Pass schicken Hm Ich wünsche euch Glück Danke, die müssen mich einfach reinlassen Äh, ja Fragt ihr die Leute immer ob ihr sie untersuchen oder autopsieren Gute Frage Natürlich nicht, aber ihr seid ein Mutant Eine wissenschaftlich erzeugte Verbesserung Etwas, äh, Unnatürliches Das erklärt alles Nichts für ungut Ich bin nur neugierig Braucht ihr die Hilfe eines Hexers? Ja, lest die Anzeige die ich draußen aufgehängt habe Der ich alle mitgenommen Ich wollte euch über Alchemie befragen Ah, endlich jemand, mit dem es sich zu reden lohnt Die Einheimischen interessieren sich für nichts außer ihre täglichen Belange Ich bin nicht von hier Außerdem, wenn die Einheimischen über Alchemie nachdenken würden, bräuchten sie euch nicht mehr Ha, typische Kurzsichtigkeit Hexer Alchemie ist die Mutter aller Wissenschaften Und wisst ihr auch warum? Sie ermöglicht uns, die Welt zu verstehen Alles um euch herum ist nichts anderes als Alchemie Die lächerlich zu machen, ihr so versessen seid In eurem Körper finden ständig alchemistische Prozesse statt Nur durch sie könnt ihr essen, atmen, ausscheiden Mehr noch, sie sind für eure Gedanken und Gefühle verantwortlich Alchemie ist Leben Wechseln wir das Thema, bevor die Bauern auf die Idee kommen uns auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen Der Wissenschaft kann man nicht das Maul stopfen Aber gut, was wollt ihr wissen? Ja, als Hexer nennt man eh mal ab und zu mal auf dem Scheiterhaufen Das kann schon mal vorkommen Wie kommt ihr an eure alchemistischen Grundstoffe? Ihr braucht Ausrüstung, damit ihr das korrekte Destillat erhaltet Ich persönlich benutze einen Destillierkolben Verbunden mit einer Retorte Einer zusätzlichen Rektivierungssäube Und einer Kühlspirale aus Kupfer Jetzt hab ich Hummer Und wenn ich gerade keine verbundenen Destillierkolben zur Hand habe Ah, verstehe Feldforschung Olaf sollte einen anständigen Wodka oder Brand haben Der als alchemistischer Grundstoff dienen könnte Ja, er hat Torte gesagt, jetzt hab ich Jetzt hab ich Hummer Woher bekomme ich die Zutaten? Wenn ihr selbst Komponenten beschaffen wollt Braucht ihr Bücher mit Zeichnungen und Beschreibungen der Zutaten Die man aus Pflanzen und Tieren gewinnen kann Fahrende Händler wären eine Alternative Aber die ziehen euch das Geld aus der Tasche Wenn ich ungeheuer Gewebe oder Organe brauche Also, ich wende mich da an einen Hexer oder Jäger Äh, ja, das ist ja Gut, dass ich ein Hexer bin Ich interessiere mich für Formeln Fertige Formeln sind selten und schwer zu finden Ich rate euch Experimentiert und wandelt Rezepte ab, die ihr schon besitzt Die meisten Leute unterschätzen den Wert der empirischen Methode in der Wissenschaft Äh, okay, ja Ich denke, ich habe genug Eine kleine Alchemie-Lehrstunde Wir haben doch gerade erst angefangen Lebt wohl Ich verschwinde dann mal Oha, Wesna, gut Hallöchen Seid gegrüßt Wartet Habt ihr nicht das Kind am Tor gerettet? Durch Zufall Zufall? Tatsächlich? Würden die hiesigen Bauern doch nur ab und an mal zufällig Gutes tun Ach egal, was kann ich euch bringen? Oh Hier können wir was bestellen Ein Bier für was nichts, aber ich würde euch einen Moment setzen Erstmal nichts, bis später Bier Ja damit Einen Augenblick Ihr seid ja sehr redselig Vergebt mir Eure Schönheit Raubte mich nicht Ein Schmeichelung Aha, 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 aha Okay Gibt's Sachen zu kaufen Calvin Gold, wenig Alkohol Gibt's ja auch was Starkes hier Mit viel Alkohol Mittlerer Alkoholgehalt Mittlerer Alkoholgehalt Starker Alkohol Qualitativ Hochwertiger Ich weiß jetzt habe ich mich verlesen Starker Alkohol Starker Alkohol Redenarische Kröter Wodka Thermischer Brand Okay, das kostet jeweils Starker Alkohol kostet 30 Schwacher Alkohol 5 Wir haben ja kein Geld mehr Wie schade Und wo kriegen wir denn Geld her Wir müssen irgendwo Geld herkriegen Können wir irgendjemanden ausrauben Wir müssen wo wir später nochmal herkommen Oh, ein Huhn Momentan haben wir kein Geld Aber ja, schöner Aufenthalt hier in der Kneipe different in ein Video Aber a idols verl ende haben und viel hated wir イ